Willkommen zu einer weiteren Folge TTT mit dem Nick Rastomer, dem Schreibführer, dem Moelty und dem Karo. Hallo. Hi. Wir haben ein paar neue Items. Und ne Diege. Also ne Diege. Okay, hier ist keine Diege. So ne Diege? Ne. Geh weg. Ragnarmin, die hat mir hier hin. Okay, aber versetz ich dir noch ne Disco hier, ne Inzio hier hoch. Oder willst du auch runter? Ja, ich hab ne Inzio auf den Turm geschmissen. Warum sind denn jetzt schon alle Ruid eigentlich? Was? Ja, pass auf, das, äh, die Info-Demmy kommt hier runter, ne? Echt? Äh, ja, das Feuer verbreitet sich irgendwie nach unten. Keine Ahnung, das ist richtig. Ich hasse es, wenn man runterfällt. Würde mich ja belasten, wenn man runterfällt. Moelty, warum wirst du hurt? Weil ich gegen den Kaktus gelaufen bin unten. Und warum juckt mir meine Nase? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Grund, weil, keine Ahnung. Fragt mich nicht, warum ich so hart belastet sie. Wollte einfach mal unten gucken, ob da irgendwie Waffen sind. Warum ist schweig? Oh nein. Ich bin runtergefallen da. Weil der zu dumm ist, Treppenzusteigen. Hier ist Karu noch. Welche, wo du oben weggerotzt? Andi und... Ja, Andi und... Was denn? Ja, Andi, das ist ungünstig, wenn einer... Wer noch? Oh, Brandon, okay. Hi. Drecks Engine! Fuck! Ich hab die Melone noch abgeschossen bei mir. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist die auch explodiert. Aber irgendwie hat die keinen Schaden gemacht. Also es hat laut einen Knall gegeben, aber das hat... Mann, der... Karus Leiche war im Weg. Ich hab die ganze Zeit ja geschossen. Respawn. Ich find's gut, dass der Detective auch gar nicht zu hören war. Ja, weil ich den direkt am Anfang der Runde weggerotzt hab. Ja, der braucht man ja auch nicht. Da stand oben so ein Turm mir gegenüber und ich guck ihn so an, zieh auf seinen Kopf, er guckt mich an. Macht nichts. Hab ich einfach abgedrückt. Ah ja, nur Merlin. Ja, ich hab's gehört. Der hat's ne Diegel vielleicht? Ja. Nee, doch nicht. Ich hab ne Diegel. Mann, ich bin ne Diegel. Das Schwebfehler und Merlin ist in den Neter gegangen. Nein. Doch. Nein. Doch, ich hab's nicht gesehen. Der meine von den Beinen nicht mehr rauskommt, wissen wir was los ist? Nee, es ist nur Merlin reingegangen. Niklas, 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 Niklas. Karu, 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 Karu. Eier. Karu, hast du mir etwa die Shotgun geklaut? Niklas. Hoi! Ah, Feuer! Nein, Feuer, Feuer. Ist das auch n'ne Shotgun? Was ist das hier denn? Nein, ich geh da nicht runter, da ist ne Falle, das weiß ich. Weiter rum kann ich nicht öffnen. Hallo, Brand. Ah, geh weg. Nimm meine, nimm meine Granate an dich. Geh weg von mir. Lass uns eine Granatenparty machen. Alter, ich, Branden, ich bin mit dem Markums knall ich dich ab. Ich hab mir vorstellt. Fült mal zwei Diamantblöcke zusammen. Diamantblöcke. Diamantblöcke, wofür? Äh, im Trader-Tester. Ich nehm die, Leute, was soll ich? Ey, Goldblock, was für ein Trader-Tester? Was bringt der Goldblock? Was? Hä? Was gibt, wer hä? Ich weiß es selber nicht. Andi, du bist das da. Ich bin's, ich bin's. Oh, ich schwör's dir. Ah, hör, hör doch auf. Wir waren zwei, zwei, drei. Ich bin's nicht, ich schwör's. Wir waren jetzt. Äh, wir waren's sogar, Andi und irgendeiner unten. Ja, warum? Ich, ja. Jetzt kommen meine Pitschen gar nicht zum Einsatz. Leul, hab ich dir gegeben. Um P-Prototop ist für mich. Leul, ich hab dir ein Headshot gegeben. Ach, du hast genug. Ups. Und unter. Oh. Oh, ja, bin trotzdem unter. Mann, warum, war ich schon zum dritten Mal hier oben auf dem Turm? Ich will hier nicht sporen. Was ist das denn? Hier ist kein Waffen. Krieg mal so ne komische... Ja, komm, mach mir mal auf hier, ich muss sie weg. Eisen. Ich möchte die Ligel haben. Können wir gleich einen Diamantblock mitnehmen? Ich hätte lieber ne Schrotze als ne Sniper. Diamantblock? Ja, Diamantblock. Der Goldblock liegt bestimmt irgendwo auch. Aber den nutzt sich nicht. Ach, der Goldblock war gerade hier unten. Äh, die können übrigens auch in den Dingens drin sein, ne? Ich sag nur Kohle, 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 Kohle. Ja, ich suche gerade auch. Warum ist hier nirgendwo ne Diegel? Ich hab ne Diegel. War arschen. Willst du eine? Ich hab eine. Hier nicht. Warum? Weil du du bist. Hier ist ein Trennerraum. Kann man da rein? Als Inno stirbst du. Ah, keine Ahnung. Die fähig nicht sterben. Was war das mit diesen ganzen langweiligen Diablöcken? Hier ist ein Diablöcken. Was wurscht hat man, als Inno, wenn man reingeht? Äh, wenn du in der Trennerraum als Inno reingehst, stirbst du. Alles klar, tschüss. Okay, funktioniert nicht. Ich will alleine aufmachen. Als lange ist heute ich nicht verfolgen. Doch, dann bist du tot. Andi ist gestorben, weil Andi Inno war. Ja. Gut, dann ist das schon mal bestätigt. Was ist das hier? Diamantblock sammeln für Trader. Äh, und in der Hölle ist noch ein Diamantblock, by the way. Lüge. Mann, Merlin. Schreibfehler, Merlin. Ah. Ist ja gerade ernsthaft runtergefallen. Schreibfehler, Merlin, jetzt ist das. Ah. Weiß dann, statt dass sie die Tür wieder aufmachen? Guck mal, was ist das? Oh Mann, ich wollte doch noch kranken, wenn das ist. Ich lebe doch. Ah, scheiße. Ich schieße wohl den Rücken. Merlin geht raus und schieße ihn ab. Du hast mir in die Seite geschossen. Ja, keine Ahnung. Oh leu, ich bin im Neta gespawnt. Nee, hier muss man ja springen, ne? Ja. Dann brauchst du nicht. Gibt doch andere Wege. Kannst du da bleiben. Kannst du auch sterben. Kannst du einfach ans Wasser gehen. Äh, in die Lava. Sagen wir mal nicht direkt in der Lava, spawnt sich ja noch alles gut. Ja. Kannst du aber auch sterben gehen. Ah, jemand geschossen in der Aufwärmzeit. Ich hab ihn jetzt gesehen. Ja, ich hab schon wieder in den Rücken geschossen. Ich bin Traitor. Nein. Alle Andi töten. Andi ist. Andi ist, definitiv. Ich hab ne Diegel. Andi ist. Alle Andi töten. Ja, Andi hat ne Diegel. Weil keiner den Spot kennt. Okay, Andi ist Detective. Komm, jetzt töte mich, wenn du Ei hast. So ist's. So. Ja, okay. Wo willst du denn? Aber schreib wieder. Tu's. Hä? Hab ich doch gemacht? Andi, Andi, ich würd's nicht drauf anlegen. Er erinnert mich, wenn du dieser Traitor ist doch gut. Smolti. Hi. Im Übrigen, Caro steht grad hinter dir. Ja, Caro. Hmhm. Hmhm. Haben nur darauf gewartet, bist du. Andi beklebt. Du bist denn da unten? Ich will da nicht rein. Kohle, 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 Kohle. Andi? Ich bin auf meinem Fehler wollte grad in den Traitor-Raum, aber ist wieder rausgegangen. Soll ich reingehen? Geh rein? Das stimmt, sauber. Okay, ciao. Oh Andi, hast du den Sprung nicht geschafft. Soll ich dich wieder hochboosten, Andi? Ja, klar, aber schreib wieder hast gestorben im Traitor-Raum. Das heißt, er war Inno. Hahaha. Er war Inno-descent, ey. Gut, dann ist er schon bestätigt. Ich hab echt vorgebracht. Und Andi ist ein Zauberer, der stand grad eben noch vor mir und auf... Undi? Einmal sitzt der Herr drinnen. Ja, Taro. Weg. Undi? Ich komm schon an, ob man was vor drin ist. Andi and Multi. Undi, hauscht da ein bisschen Saft für mich. Äh, Brandon, geh weg von mir. Ich glaub, dass jemand gestorben grad schon. Und ich bin direkt hinter dir grad gewesen. Also grad eben ist keiner gestorben. Also ich hab nichts gehört auf jeden Fall. Oh Gott, nur ich war direkt hinter dir grad. Nö, ich kann Bani hoppen in Gary's Mod. Gibt's noch? Nö. Andi lebt nicht mehr hier. Er hat mich erschossen im Übrigen. Achso, natürlich. Ah, okay. Ich glaub, ganz stark seit der Kerl auf dem Leuchtturm ist es. Was der? Niklas? 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 Ja, das war ein bisschen badly wounded. So, weil ich runtergefahren bin von deinem Leuchtturm. Also, Anti. Oh, Andi. Andi, Alter, ich wundere mich die ganze Zeit hervorkehle dich nicht laufen. Oh! Merlin, geh mal weg. Ich geh mal da, hier. Oh, ich bin runtergefahren. Ich geh mal weg. Oh, da ist was jetzt. So. Die X-Gleiche. Die X-Kosten zertifizieren, klar. Da ist mit ihm. Rendi. Warte mal, warte, 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 warte. Merlin? Und? Merlin? Merlin tot. Äh. Äh. Wer ist das? Brandon? Nein, das kann nicht sein. Hör doch auf, Mann. Was ist denn das jetzt für ein Sachverhalt hier? Nein, hab ich nicht. Doch, hast du kommen, Mann. Da war keine Scheiße. Was ist das denn für ein Sachverhalt? Oh, geh weg. Ja, wo ist der denn? Äh, Hölle. Warum ist denn die Angel? Ich stehe hinter dir, schieße dir in den Kopf rein und es passiert einfach nichts. Du kriegst aber keinen Schaden. Der will immer noch. Oh, Mann, oh. Noch nicht. Ja, Caro. Soll ich mehr Mac-Ten spielen? Geil. Mann, ey. Ja, mal hab ich direkt zu Anfang geschossen. Merlin hat mal, das war schlecht geschossen von dir. Das muss man einfach mal so sagen. Das war schlecht von mir geschossen, aber ich mag die Mac-Ten auch nicht. Ach, du hattest ne Mac-Ten? Okay, dann gar nichts verstehen. Ich dachte halt, du hast ne Schrotflinte von daher. Ja, mit der Schrotflinte hab ich das nicht so gemacht. Ja, mit der Schrotflinte wär's traurig gewesen, wenn du mich da nicht bekommen hättest. Ich brauch mal eine Diegel. Ich hab ne Diegel. Ja, du hast direkt erstmal Schelle kassiert, als du in Dings reinkamst. Die Hölle, ja, ja. Reicht. Aua! Der Schreifele hat mir einen Schaden gemacht. Caro. Andi, 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 Andi. Wenn ich tot bin, ist es Andi. Okay, wenn ich tot bin, ist es Andi. Okay, wenn ich tot bin, ist es Andi. Andi ist Trader. Andi ist Trader. Andi ist Trader. Andi ist Trader, Jungs. Lass mich alle Andi töten. Okay. Okay. Wo ist Andi? Versteck dich dir, komm! Ich hab ihn grad wiederbelebt. Fehler, Fehler, Fehler! Aua! Aua! Andi! Was? Was geht jetzt um? Er ist tot. Schreibfehler ist tot unten am Strand. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war er Traitor. Nein! Ich geh confirm. Ich geh auch confirm, Warte. Ne, ich bin schon da. Oh Lul. Ich geh auch confirm. Ich geh auch confirm. Ich geh auch confirm. Alter, wie schlecht bist du eigentlich? What the fuck? Leute. Hi. Ja, ich will nur... Ich will nur gucken. Ah! Warte mal! Warte mal! Du bist jetzt nicht erst auf gegen den Kaktus gesprungen, oder? Nein, ich hab ihn in der Luft abgeschossen mit der Schrotze von oben. Ah, haben wir nice. Warte mal. Wer lebt jetzt alles noch? Ja doch. Ich lebt noch. Äh, ich lebe, ich bin safe. No, 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 no. Das war safe. Andi ist safe. Andi ist safe. Und ich weiß, dass ich es nicht bin, Das heißt, es muss Merlin oder Multi sein. Offizielle... Offizielle Detektiv-Ansage ist, keiner kommt mit ne Leuchtturm. Okay. Okay, alle ne Leuchtturm rennen. Ich knall alle ab. Boah, dann erst recht. Minus Karma, Minus Karma. Alter. Ja, bitte. Irgendjemand ist grad wieder sein Mikrofon auf, glaube ich. Das ist immer mehr Linde. Ja, sorry. Ich möchte dir Minus Karma geben. Wo bist du? Caro? Caro? Genau. Komm, schieß mich. Du hast mich nicht getroffen. Komm, ich bleib sogar stehen. Okay, bitteschön. Niklas ist tot. Ja, okay. Pfff. Nice. Aua da, altera. Aber Andi schieß mich einfach ab. Ja. 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 Ja, pass auf, pass auf. Caro, warum sollte ich stehen bleiben, wenn du auf mich schießt? Warum nicht? Ich hab dich erschossen, weil ich draußen Schüsse gehört hab. Und ich hab halt gedacht, du hast gleich den Caro weggemacht. Was? Caro hat geschossen. Nein. Ja, kann ich doch nicht riechen, wenn ich im Haus bin. Chol. 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 Ich hab nur eine M16. Ich hab nur eine M16. Ich hab auch eine M16. Ich hab auch eine M16. Nein, liegt da. Au. Glückwunsch. Ich muss meine Zeke, diese Diegelposi wiederholen. Ich komm nicht an die Diegel ran. Ich hab nur eine Runde mit Lucky. Ich bin Detektiv. Und hier ist der Goldblock. Hallo, ich will nach oben. Merlin, du nimmst jetzt den Goldblock und bringst den zum Ziel. Ich will Brandon töten. Ich weiß zwar nicht, wo der hinkommt, aber... Mach's einfach. Do it. Wo bist du? Wo bist du, Brandon? Ich will dich töten. Aber wer hier reinkommt, ist tot. Okay, da steht Schreibfehler oben. Soll ich den jetzt töten? Nein. Schreibfehler, geh runter. Ich war das... Du hast einen Sniper, du gehst runter. Soll ich den Sniper geben? Nein. Ich geh runter. Nein. Führt den Goldblock zu Ziel. Okay, warte, gib sie mir. Ja. Mich war nicht killen. Führt den Goldblock zu Ziel. Ey, ich will auch eine Waffe. Warte, Andi. Warte, Andi, stell dich mal kurz. Geh mal ein Stück nach hinten. Nee. Ich lass dich mal umdrehen. Andi, ich will dich mal umdrehen. Machen wir jetzt... Wir machen jetzt jetzt Mexikan... Wir machen jetzt ja bestimmt... Wir machen jetzt jetzt Mexican Stand-off oder was? Oh, ne, der Detektor ist weg, jetzt wird ich auch weg. Ich auch. Aua, es wird... Leiter. Schnucki, ich bleib bei dir. das habe ich nicht getan ich muss man einen traiter konfirmen du bist ein verstanden wenn ich dich töte wenn du kannst versuchen aber unten ist einer gestorben geht in handen okay ich hätte das ist nicht cool leute was ich mag das spiel nicht ich habe mein glück versucht mit karo tut mir leid das wäre richtig geil gewesen das kam halt das kam halt danach also wenn das da unten abgeschossen wurde ich dachte ich bin in der halle warum gibt es eigentlich keine pump shot ganz und keine so normalen anderen waffen weil ich hier rein machen müsste er macht doch mal das pack war es ding ist auch hat hat ja ich bin ich bin ich habe ein rotes fahnenkreuz wer in den ton war bist du tot alles klar darf ich denn 26 td gegeben also versuchen nein aua 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 what the fuck das war ein molotov direkt vor dem leuchtturm entweder von brandon nein ich stehe hier ich wurde selber getroffen Karo hat mich gesehen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Niklas kannst dich gewesen sehen. Ich wurde selber getroffen. Aber... Merlin. Vielleicht. Ja, Merlin. Karo, 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 Karo. Was ist denn? Was ist denn? Ich hab Merlin und ich hab seine Rolle getroffen. Doch, du hast mich angeschnallt. Ah, ne, oben auf dem Turm. Ne, das ist Multi. Das musst du sein. Multi, ich komme in den Leuchtturm und bring den Traitor. Ja, muss ich aber gewesen sein. Komme, komme hoch, Andi. Oh, scheiße. Tut mir leid, Andi. Oh, scheiße. Tut mir echt richtig leid. Außersehen. Ich dachte, das wäre Karo. Aber Merlin ist tot und Merlin hat es wird weiter. Weil du... Andi, lebst du noch? Nein, ich hab ihn aus Versehen umgebracht. Ja, schreib mir, wo bist du? Oder wäre ich das da hinten? Karo hat mich gesnipert. Wenn gehe ich jetzt alles noch? Geht mich alles noch? Scheiße, also Brandon. Brandon, Schwerin, Schwerin und Karo und ich wurde angesnipert. Also, ich bin safe. Alter, okay, wenn ich bin gesnipert. Was, ich hab gar nicht gesnipert. Dann ist es wirklich Karo. Ja, einfach mal bitte Karo wegrutzen. Okay, bin auf dem Weg. Darf ich zu dir auf dem Turm? Ich wurde angesnipert. Ich bin safe. Der Merlin ist ja eh schon tot. Ja, dann... Ich hab keinen Slapper. Hast du ein Dingens? So ein hier Dingens? Äh, ne. Wo ist Karo? Das schreibst du dann. Er ist unten links im Wasser. Ja? Nein, scheiße. Ab. Jawoll. Jawoll. Schreib wieder, du bist ein Held. Echt Applaus. Ich weiß. Ich bin nicht. Das war echt dumm. So, wir nehmen alle wieder eine andere und... Lunchbett ist sehr groß, ob das jetzt so gute Idee ist, weiß ich nicht. Egal. Zufällig. Bis zum nächsten Mal. Ja, zufällig. Servus. Apfangenern. Töze. Urz collar kei der. Niеров smart Councillor. Aus해. Aham.